Herzlich willkommen bei Elektrotechnik Schütte in Eschershausen. Momentan sind alle unsere Mitarbeiter im Kundengespräch. Wir bitten Sie noch um einen kurzen Moment Geduld. Na schön, wir geben es zu. Sie haben uns gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Hier glühen gerade alle Leitungen. Aber Kopf hoch. So kurz vor dem Ziel werden Sie doch nicht etwa aufgeben? Doch? Dann hinterlassen Sie uns aber bitte Ihre Telefonnummer. Nachdrücken der Taste 1 auf Ihrem Telefon. Wir rufen Sie dann schnellstmöglich zurück. Sie haben noch etwas Geduld mit uns? Schön, dann drücken Sie einfach die Taste 2 auf Ihrem Telefon und Sie bleiben dran. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi Musikstudio.